Ein bisschen die Schmerzen behalten, Leute. Der hat ein paar Schafe im Bergen. Deswegen sage ich für alle Menschen, kann sein eine Therapie, kann sein Zehntherapie. Bin ich, ohne Angebildet, ohne Nase hoch, wie gesagt Abu Sultan, bin ich Profi mit Schultern. Ja, Allah! Vertraue mich bitte, vertraue mich locker. Ich versuche es. Ja, Allah! Premier, Premier oder Dösyam? Dösyam. Der geht nach Nador, zurück mit Feinglas. Ich habe ihn erwischt bis Nador. Allah! Ich ziehe ihn alle, egal wer kommt. Ich ziehe ihn komplett. Wenn nicht, muss ich Bescheid sagen. Heute haben wir Haus. Heute, Brö. Gesundheit ist wichtig. Ich mache mich fett bei FitX. Heute, Brö. Ich mache nur mit einem Auge. Nur mit meinem Auge, Brö. Halt! Amigo! So, ich hatte Schmerzen. Das war die Nase an meinen Schultern. Ja? Schulterproblem. Schulterproblem, ja richtig. Und jetzt bin ich das zweite Mal hier. Der erste, weiß ja. Der erste, weiß ja. Zahlwunde waren. Fünf Monate hatte ich Ruhe. Jetzt geht es langsam los. Wie für euch das. Aber ich verstehe mal das. Ich gehe zum ersten Mal zu Abu Sultan. Deswegen, ich sage für alle Menschen, kann sein eine Therapie, kann sein Zehn-Therapie. Richtig. Deswegen. Heute Spezialarbeit. Bismillah, Rahman, Rahim. Heute schöne Spezialarbeit, extra für Schulter. Bin ich, bin ich, ohne Angebildet, ohne Nase hoch, wie gesagt Abu Sultan, bin ich Profi mit Schulter. Spezial mit Schulter. Inshallah, heute Schulter ist frei. Inshallah. Ich sage Inshallah. Wenn nicht schaffen, das, Allah Gesundheit, nicht Abu Sultan. Aber ich versuche inshallah heute Schulter. Ich habe noch nicht getestet. Aber inshallah geht heute gesund. Bi-Iznillahi Ta'ala. Mit Allah Name, mit TÜV. 24 geht alles gut, inshallah. Inshallah. Bismillah, Rahman, Rahim. Von woher kommst du? Aus Mahok. Maghribi. 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 Barbara oder Maghribi? Maghribi. Maghribi. Nein, Moment. Maghribi oder Amaziri? Maghribi. Amaziri. Maghribi. 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 Amaziri. Bismillah, Ya Shafi, Ya Allah. Schmerzen da? Bismillah, Rahman, Rahim. Das ist Marokkaner Bock. Bismillah, Mashallah. Stabil. Mashallah. Abou Sultan. Abou Sultan. Abou Sultan. Abou Sultan. Medhaar成 normalmente, Abou Sultan. Dazen bin Mans黎. Abou Sultan. So, es ist embassi uses E便 sand diese imagine. itation. Bayrasen за. Bayrasen. 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 Aliens. Bayrasen inmels. Ja, Allah! Es ist bei mir, es gibt noch zwei Degs. Inshaallah. Nein, Bismillah, Rahman, Rahim. Runter, runter, Bruder, runter. Vertraue mich bitte, vertraue mich locker. Nein, 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 nein. Nein, 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 da, da schlafen wir. Ja. Diese, bei uns im Libanon-Badawudisch Leute, sagen, Bromio, Bromio. Bromio. Und jetzt gucken inshallah erstmal. Ist noch zu hart? Aber der Knacken hier ist trocken. Gut. Hast du gerade volle Schmerzen gehabt hier? Ja. Bisschen besser? Besser. Jetzt kommt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sagen ya Shafi Allah. Ja Shafi Allah. Ya Maghribi. Ja Allah. Marokkaner. Bismillah. 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 In Barokko gibt es auch irgendwas für Abusultan, oder? Ar-Rahman. Warum hast du kein Ar-Rahman für Abusultan? Inshallah. Ein Euro. Bismillah. Locker, locker, Bruder. Locker geben. Okay. Ich versuch's. Hat Angst vor Abusultan. Viel locker, viel gesund. Nicht viel locker, nicht viel gesund. Ich dachte über alles vorher. Bismillah. Der ist zu hart, hart. Du gehst immer andersrum. Ich brauch diese Seite. Der schläft auf der anderen Seite. Soll ich ihn verarschen hier? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jetzt locker. Bismillah. Bismillah. Einmal aufstehen. Hände auf dem Gesicht. Wie Arme Maghribi. Zurück auf meinem Bauch. Mit locker, mit einfach locker. Schau, guck, 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 guck. Ja! Marokkaner nicht abhauen. Nicht abhauen. Aber Sultan, vorhin hast du den rechten Schultern geknackt. Das hat man sehr stark gehört. Bei der anderen Seite war das nicht so. Das ist normal, diese andere Seite. Wo ist das Problem? Hat richtig geknackt, ja. Komm, setzen erst mal. Setzen erst mal. Ich habe jetzt auch einen neuen Trick genannt. In der Türkei für die Schulter auch. Nur für die schmerzlichen Leute. Das zeigst du uns heute? Ja. Finger zusammen rein. Tief atmen. Jetzt aber. Einmal testen hier ein bisschen. Ist alles trocken. Der muss viel mit Arganöl machen. Am besten auch noch sogar Olivenöl trinken. Auch besser was gibt es. Schmerzen da? Ja. Oder geht schon? Geht schon. Hier, diese Schulter hast du gesagt? Ja, richtig. Gut? Ja, auf jeden Fall besser als vorhin. Hast du Kraft mit dieser Schulter? Zieh nach unten. Und nach oben. Maschallah, Kraft jetzt wieder zurück. Aber ich muss noch was machen. Einmal so. Nach hinten. Ja. 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 Das ist sehr, ne? Manche Leute sehen, es ist hier viel top. Jetzt frei bis nach unten frei. Inshallah. Inshallah. Also dann ist es mehr so Massage oder Dehnung? Dehnung und Nerven freilassen. Nerven und Sehne. Jetzt noch einmal testen diese Schulter. Und was sagst du? Besser als vorhin? Ja, siehst du? Das ist auch diese... Lass mich noch einmal ein bisschen noch mal Sehne von unten frei lassen. Aber Schmerzen behalten. Ein bisschen Schmerzen behalten, Leute. Der hat ein paar Schafe im Berg jetzt. Ohne Schafe, ohne Schafe. Bist du Rahi? Gehst du in den Berg mit Schafe? Ja. Schafft ja nicht mehr. Komm zurück. Ja. Nochmal testen. Bismillah. Noch besser oder? Noch besser. Klar. Noch besser. Noch ein Ding für deine Schulter. Einmal hier drauf machen. Bismillah. 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 Gut. Nochmal diese Sachen machen. Ach. Ach. Ich habe selber Schmerzen. Allahu Akbar. Hat was gehängt bei mir. Da brauchst du selber kein Apfel. Ach. Abends immer noch brauche ich. Ja. 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 Gut. Mach mal locker ein bisschen. Nochmal knacken. Gut. Selber testen jetzt. Es ist locker. Es ist nicht mehr so hart wie vorhin. Maschallah. Alles gut. Sollen wir weitermachen? Therapie komplett? Ja. Gut. Aufstehen. Seite schlafen. Abusultan. Abusultan. Emre. Und Adarbat, Abusultan. Der muss ein paar Yuldes auch sehen. Auch ein paar Sterne. In Marokko. Bismillah. Drehen, drehen deine Kopf. Immer deine Hand. Du musst da auf die Wand gucken. Gut. Umdrehen. Herz. Best die Herz. Inshallah. Ich liebe für allah. Alhamdulillah. Wie man denn hat? Ja, Mughrubi. Ja, Mughrubi. Ey, Mughrubi. Aywa, Mughrubi. Ta-ta-ta-la-halack. Aywa, Mughrubi. Tau-ta-la-hallaack. Aywa, Mughrubi. Tau-ta-laack. Tau-ta-laack, Aywa, Mughrubi. Promiar? Promiar oder das Jahr? Dau-deziem. 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 Ja. Bruder, kannst du auf ihre Füße setzen? Mach mal Schuhe aus. Setzen, genau wie ich. Genau wie ich. Füße nach vorne. Füße nach vorne. Setzen drauf und Füße nach vorne. Drauf, drauf. Ja. Ich muss diese Maghribi jetzt nach ... Nach Nadur. Oh, Nadur. Dieser Mann kommt von Nadur. Ich komme aus Tanja. Nadur, Leute, Tanja! Ich zieh nach Nadur, der muss auch mit Fennglas zurückkommen. Bei uns, Nadur heißt Nadur Fennglas. Der geht nach Nadur, zurück mit Fennglas. Bismillah. Mund zu ist wichtig. Zunge drinnen immer bleiben. Und einfach voll locker und geh nach Nadur. Nein, lass mal. Ich mach hoch, nicht du. Bismillah, ya Shafi, ya Allah. Geh nach Nadur Kaffee trinken. Nicht denken, was Abu Sultani machen. Bismillah, Rahman, Rahim. Ich hab ihn erwischt bis Nadur. Allah. Bismillah, ya Shafi, ya Allah. Abends ganz oft. Bismillah. Was kostet die Nadur? Nadur bei euch. Bleiben so. Wir hatten gerade die zweite Person auf seinen Füßen saß. Das hat ein Gewicht von ... Gewicht 110 Kilo. Maschallah, Maschallah. Nadur, Leute. Was hast du gesehen? Locker, locker, locker. 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 Locker, breh. Mach er, breh. Heide aufstehen. Sag, ya Allah. Ya Hay. Immer ya Allah, ya Hay, ya Qayyum. Du musst erst mal gucken, sagen für die Leute, was ist Schulter. Weil du kommst extra für deine Schulter. Also ich hatte Schulterschmerzen. Ich war bei Jema so vor vier Monaten. Und es hat mir sehr gut geholfen. Ich hatte Ruhe fünf Monate lang. Und jetzt hat es ein bisschen angefangen. Was hast du gemacht, wegen dass wir zurückkommen? Ähm, gearbeitet natürlich. Und naja, wenn man arbeiten muss, dann geht's wieder los. Richtig. Und hab ja gesagt, bevor es eigentlich noch schlimmer wird, kam ich zu meinem Freund. Mein Bruder. Und äh, ich kann es nur empfehlen, sehr, sehr empfehlen. Der Mann ist ja wirklich sehr, sehr gut. Und äh, insha Allah, bir rahmatillah. Y Qudratillah ist ein guter Mann. Und Shafi wa Allah, wa Abu Sultan, wa faqat sebeb. Sebeb. Aber sollte er auf etwas achten jetzt wegen seiner Schulter? Normalerweise ist Schulter jetzt schon alles funktioniert. Aber der muss viel mit Öl machen, wie gesagt. Und versuchen jetzt ein paar Tage, schönes Wetter, ein paar Tage schwimmen. Schwimmen, schwimmen, wieder, das Gelenk wieder richtig reinsetzen und dann schön spielen. Und bei Schwimmen geht's auch Sehne frei, Nerven frei, Muskulatur auch frei. Und unter Darbata Abu Sultani. Also geht nicht anders. Komm mal Marokko, Barbar, Nadur, Sylvester Stallone. Unter Darbata Abu Sultani bre. Haide, Haide bre.